Du sehnst dich danach, endlich zu Hause bei dir selbst anzukommen. Oder vielleicht ist die Sehnsucht sogar noch viel größer und du sehnst dich, bei Gott anzukommen. Jeder hat sein eigenes Wort für dieses seelische Zuhause. Es ist ganz egal, ob du sagst, Universum, Gott, das Leben, die Schöpfung, meine Seele. Letzten Endes führt es alles zu demselben. Und singen ist eine Möglichkeit, wie du dorthin zurück findest. Und dabei geht es nicht um oberflächliches Singen, sondern Singen in der Tiefe, bewusstes Singen. Singen im Spüren, im tiefen Fühlen und dadurch dich wirklich in diese Schicht hineinfallen zu lassen, wo du zu Hause bist. Und in diesem Lied, was ich heute mit dir singen möchte, mit diesem Lied, kannst du genau dorthin wieder zurückfinden. Singen ist Heilung, sing dich zurück nach Haus. Singen ist Heilung, singen ist Heilung. 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 Singern ist Heilung Singern ist Heilung Singern ist Heilung Ja, bin ich dein Ja, bin ich dein Ja, bin ich dein Ja, bin ich dein Singern ist Heilung 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 zu probieren und merkst, da steckt was drin. Deine Stimme ruft dich zu Freiheit, singen befreit. Dann empfehle ich dir, einmal die Zauberformel für dich und deine Stimme dir zu holen, komplett kostenfrei für 0 Euro, über den Link in der Videobeschreibung. Da kriegst du ganz, ganz wichtige Tipps und zwar gebe ich dir drei Gedanken mit, die du unbedingt aus deinem Kopf streichen darfst, damit deine Stimme wieder frei wird und eine Wahrheit, die zentral ist für deine Seelenstimme, dass sie wieder sich entfalten darf. Genau und wir singen es jetzt einfach nochmal und vielleicht bewegt sich auch schon was in dir, vielleicht tut sich was in diesem Singen. Du merkst, je öfter du das wiederholst, desto einfacher wird es und genau das ist es auch. Deine Stimme wird frei, indem du sie klingen lässt. Wenn du sie nicht klingen lässt, wenn du nichts damit machst, passiert auch nichts. Singen ist heil, sing dich zurück nach Haus, singen ist heil, sing dich zurück nach Haus, singen Singen ist Heilung, sing dich zurück nach Haus, singen ist Heilung, sing dich zurück nach Haus, singen ist Heilung, singen ist Heilung. Singen ist Heilung, singen ist Heilung, singen ist Heilung. Singen ist Heilung, singen ist Heilung, singen ist Heilung. Wir bin nicht dein, wir bin nicht dein. Wir bin nicht dein, wir bin nicht dein. Wir bin nicht dein, wir bin nicht dein. Singen ist Heilung, singen ist Heilung, singen ist Heilung. 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 Singen ist Heilung, singen ist Heilung, singen ist Heilung. Ja, und wenn du erkennst, dass deine Stimme dich in deine Seelenheimat zurückführen kann, dann lade ich dich ganz herzlich ein, es mit uns gemeinsam zu tun, gemeinsam zurückzukehren. Von 25. bis 27.10. findet in Weltsheim im Schwäbischen Wald das Seelenstimme-Fest statt. Es kommen Menschen zusammen, die genau in dieser Absicht zusammensingen wollen, ihre Seele wieder zu spüren, nach Hause zurückzukehren. Auch dazu findest du alle Links in der Videobeschreibung. Ich freue mich so, wenn wir zusammenkommen, zusammenklingen und grüße dich von Herzen. Namaste.